Und da meine Herzliches Willkommen zurück zu Let's Play The Fodded mit allen anderen Leuten. Hallo! Hey ho Diggity, hallo du Eino. Sehr wohl cool, man kann sich ja hinsetzen auf diese Bench. Ich werde jetzt erstmal gucken ob ich meinen Kadaver wieder finde. Du kannst dich auf die Bench setzen, das ist auch schön auf die Bench. Sollen wir die Kinder jetzt da, sollen wir die kleinen Babys abmuxen oder? Ja geht mal da runter bitte. Machen wir Party, Murksen. Ihr könnt gerne mir helfen meinen Kadaver. Hauptsache ich hab mein Zeug wieder, ich hab voll gute Sachen. Ich hab erstmal wieder gesaved hier. Gesaved? Chris, ich hab versucht dich zu wiederbeleben, tu mir leid du. Jetzt weiß ich was hier so nach Fisch schmeckt. Das unsere Holzhütte hier, äh, beschützt ist. Ich bin mit Blut überspritzt, ich muss ins Wasser. Ich muss mich rein waschen. Du bist mit Blut überspritzt. Ach guck mal, ein kleines Garten bauen. Hey, was ist mit Gabax an die los? Der zappelt ja, jetzt geht er wieder. Zappeln. Nix zappeln. Hier, da, komm mal. Ich baue da jetzt mal sowas schönes hin. Warte, ich mach grad ne Mauer, warte. Manu? Ja bitte? Du weißt aber schon, dass man mit Teabangen, äh, nicht wiederbelebt. Nein, ich hab, äh, ich hab wirklich eh gedrückt gehalten. Bei euch beiden, Max ist ja wiederbelebt worden. Weil ist das jetzt ein Sandkasten, oder was? Ach was. Ne, das ist ein Garten. Warum baust du, warum baust du das nicht rein zu uns? Also ich hab ja gesagt, ich mach erst mal ne Mauer drüber. Ach man kann echt wiederbeleben? Ich hab extra, ich hab auf, ich hab extra auf Restart gedrückt. Nein, du hättest nicht auf Restart gedrückt. Ja, ich kann nicht. Den Max hab ich auch wiederbelebt. Max und du, ihr wart tot. Toi, jetzt ist mein, jetzt ist auch der Totenkopf weg. Jetzt ist mein Kadaver bestimmt weg. Doch, der Totenkopf verschwindet, wenn du unter Tage gehst. Du musst, ähm, du musst von oben dir genau den Standpunkt schon ermittelt haben. Na, der ist jetzt auch von oben weg. Oh, ja dann ist das natürlich GG. Die Babys haben deinen Kadaver gesehen. Du musst erst mal wieder in den halben Wald fallen mal. Hier ist ein Custom Foundation. Was gibt's denn hier alles? Die Babys haben deinen Kadaver gesehen. Meine Fresse, gibt's hier viel Zeug. Oh, scheiße. Ey, wir haben ja voll im Lager gebaut von denen, Onkel. Ist dir das eigentlich schon bewusst? Von wem? Ja, von den Ausgeborenen, weil hier überall die Totenköpfe rumstehen. Von den Ausgeborenen. Ja, von der Decke. Und die Ausgeburten der Hölle. Max wusste, unser FLG mit den ganzen Armen lebt das noch? Ey, wer baut denn jetzt hier eigentlich? Onkel, Rivano? Ne, das ist nicht mehr da. Das ist nicht mehr da. Ich glaube, die haben das zerstört. Warum komm ich da nicht rein? Und warum? Hä? Warum machst du das so hier? Ja, stimmt. Hier liegen die ganzen Armen und Beine. Ich dachte, die jetzt um das Haus rum. Das hat jemand kaputt gemacht. Ja, hab ich doch. Hat da irgendjemand unser, äh... Marock... Achso, du war jetzt nach vorne noch raus? Ja. Ja, haben die bestimmt. Also, ich baue jetzt bei euch einfach mit, ja? Ich baue ein neues. Ja, der Onkel, der macht einmal eine Holzwand rum und dann machen wir noch eine Steinwand rum. Ah, okay. Genau. Genau. Verstehe. Dankeschön. Bäume fällen! Okay, wir brauchen noch einen Kopf und einen... Ne, nur noch einen Kopf. Ich mach mir die ganzen kleinen Scheißlinge kaputt. Oh fuck. Was bringen ein Babys, wenn man die tötet, Jungs? Spielspaß und Spannung. Kinderüberraschung. Ja. Ja. Nein, ich glaube ihr werdet einfach nur überleben. In der Höhle. Ja, diese Höhle ist nämlich echt geisteskrank gewesen. In der warme Höhle. In der warme Höhle. Ey Chris, geh mehr Kunden! Tief rein müssen wir. Ihr müsst ja sehr tief rein, ne? Ja, was findet man denn außerhalb dieser Höhlen? Es ist die Wahrneustelle, ne? Ja, du steckst schon wieder deine Sachen rum. Was findet man in den Höhlen außer die Kartenstücke? Und ein paar Items? Nix. Doch, irgendwo gibt's noch... Irgendwo gibt's dann noch... Redet ein bisschen durcheinander. Bitte. Ich rede einfach aus. Ich sag's gar nix. Ich bin ganz ruhig. Amen. Du kriegst da unten drin noch einen Taureanzug. Taureanzug kannst du dir noch suchen. Und irgendwo gibt's dann noch so ein komisches, mysteriöses, großes Tor. Mysteriöses, großes Tor. Davor liegen alles so Leichen, die da so... Was macht das Portal? Das weiß ich nicht. Oder ist das noch nicht in den Patches raus? Das ist der Nether. Genau. Genau, da gibt's dann einen Drachen drin. Ne, keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Wir brauchen mal hier so... Alles klar. Aber... Hier, ich hab meine Leiche wieder gefunden. Wir brauchen den Lock. Hast du... Die... Hast du deine Sachen wieder gefunden können, Chris? Warte, ich geh grad zu dem Totenkopf. Warte, hier ist die Höhle. Ich lieg ja eigentlich direkt. Der Totenkopf... Jetzt ist der Totenkopf auf einmal wieder da. Keine Ahnung. Hier, was ist eigentlich besser? Dieses Auffangbecken mit dem... Ich... Ich riskier's. Am... Am... Am Baum oder... Am... Von dem... Was denn jetzt? Panzer. Ja, ne, ist klar. Ja, ne, ist klar. Machen wir das genauso wie die Boys hier? Bauen wir uns auch einfach bitte so ne fette Festung. Ja, ich wollt verraten. Wir bauen hier voll die riesen Wurk. Ja, okay, Marc. Chris, schweiltot. Ey, das gibt's doch nicht. Warum... Ich... Ich geh an das Seil und der lässt vom Seil los, alter. Wir müssen auch so ein riesen Haus. Der kleine Schalter bringt nix mehr. Ja, okay, go. Go, ein riesen Haus. Ich... Warte, ich bau das riesen Haus. Du, warte, ich bau das riesen Haus. Okay. Wir sind alle bei dir. Reißen wir mal bitte alles wieder ab hier? Wir sind alle bei dir. Ne, sag mal, ist jemand und kann hier runterkommen, mich wiederbeleben? Wir... Wir hauen hier jetzt erst mal gegen. Wie kann man denn wiederbeleben? Nein, wir hingehen und... Nein, wir drücken. Nein, also. Ne, mein Team brauchst du dafür. Das ganze Holz despaunt. Quatsch. Aber ihr habt... Ihr habt nur noch, äh... Alles klar, ich bin ruhig. Ich hab nix gesagt. Also kommt keiner, da mach ich Restart. Doch, kommt, wir kommen. Doch, da kommt einer, ja. Hier, welcher Wasserspender ist denn besser? Aber ihr habt nur noch 20 Sekunden. Der eine. Der eine. Ach, der andere. Nee, der andere ist schlecht. Ihr Leute, kann mal jemand dem Chris bitte helfen? Jemand von den Boys, die ne klasse Festung haben? Der mit dem Schildkrötenkanzler? Das eine... Nein, das eine mit dem Sch... Wie, was? Ihr seid Kameradenschweine. Schildkrötenkanzler oder was? Anne, Anne... 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 Anne, Chris bitte helfen. Anne was hängen? Ich verstehe. Was du an einen Baum hängen kannst? Ich bin schon wieder neu gestartet. Boys, kann mal jemand... Achso, ich dachte du wolltest... Was ist das denn hier? Nice! Kann mal jemand von euch den Chris eskortieren, bitte? Nein, ist schon... Nein, ist schon... Ey, na was ist denn jetzt? Jetzt ist ja alles weg. Ist ne Höhle... Wie, alles weg. Wie, alles weg. Na, selbst im Flugzeug ist keine Axt mehr. Ja, ja. Dann musst du eine selber bauen, das ist normal. Ja, das ist... Wenn wir mit allen Mann gehen, wenn wir mit allen Mann gehen. Wiii! Wir sind viel mehr, wenn man zu... Kann man jemanden helfen und ein Haus bauen? Nein, Rivano, du siehst das völlig falsch. Alle zusammen, alle zusammen. Am besten gehen nackt da rein. Wir brauchen Hilfe beim... What the fuck? Manu hat es mal ernst. Ich glaub, der hat bloß gelassen, weil du keine Ausdauer mehr hattest. Wenn das da nicht mehr weggeht, dann gucken wir mal, was alles weg kann. Ich hatte aber noch Ausdauer. Alter, wie tief geht das denn hier? Wollt ihr mich verarschen? Ja, und wird immer wärmer da unten. Aber pass auf, da sind die ganzen Babys. Lass einfach irgendwo anders bauen. Aber wo? Oh ja, ich hör sie. Da wo, da wo Holz ist. Wo denn? Gut. Suchst du nen Platz? Ja. Gott, ich chill hier noch gerade. Ähm, habt ihr das Seil hier runtergespannt, oder? Nein, das Seil, das gibt's automatisch. Das findest du jetzt überall auf der ganzen Insel. Das gibt's auch in den Dörfern. Dann kommst du in die, äh... Das Seil. Hier. Okay, dann fäll ich schon mal drum herum die Bäume. Da, Leck, kannst runterkommen. Ist ungefährlich. Wie weißt du, Rivano? Machst du mal mit hier, oder? Warte, ich bin die ganze Zeit... Ich hab schon eine Seite fertig gebaut. Was ist denn da los hier? Warte, okay. Hier schreib ich doch nicht so angefangen. Machst du was? Weißt du, die ganze Zeit... Hallo, könnt ihr uns mal helfen beim Hausbau? Wir sind hier voll überfordert. Ey, wie ich hier gar nichts hab. Kannst du ja mal die Babys... Kann mal jemand den Chris vom Server kicken, der hat gar nix. Er hat keine Ahnung, der... Bitte den Chris an die Information, er hat keine Axt. Na, ist doch scheiße. Diese Lache über den Orki-Torki. Hä? So. Was geht hier ab? Ja, aber... Brauchen wir mit uns an hier. Wir bauen Cannabis. Wir brauchen Hilfe. Ich helfe hier gar keinem mehr. Ihr habt mich sterben lassen. Zweimal. Was? Ich geh da nicht mehr runter. Ich will da nicht mehr runter. Wieso? Das ist doch geil da unten. Ja. Voll geil. Kommt eine Frau mit Tentakeln an. Und gespreizt rein. Ich will da schon in der Bücher arbeiten, die mich spülen. Die Gabags, die sollen nicht auf sich runter. Hm. Wo waren die Scheißhöhle? Ich seh's nicht mehr. Da unten. Bei uns. Bei unserem Schelter war die. Da wo Daley und ich sind. Naja, ich seh's. Ach Chris, ich glaub, du bist runtergefallen, weil du keine Energie mehr hattest. Ja. Aber eigentlich hatte ich noch Energie. Völlig energielos. Wir merken uns gerade eure Hilfsbereitschaft. Ihr seid voll asozial. Daley, putz dir mal deine Zähne. Nee, Mann. Wir sind dreckig. Mit der Axt. Jetzt lässt der wieder los, Alter. Komm schon. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebte noch. Ich lebte noch. Oh, ja. Wir hören, wie du vorbeisprichst. Chris, ist die Big Mama noch unten in der Höhe? Ja, jetzt kommt doch mal runter hier. Nein, ich will da nicht mehr runter. Ey, warum der aber loslässt. Ich verstehe das nicht, warum der bei dir loslässt. Ja, der nimmt eh, fängt an, auf das Seil zu gehen und lässt dann auf einmal los. Als ob da so ein, irgendwie so ein Bug ist oder so. Du drückst aber nicht O-Schalter. Nee. Also kommt jetzt hier keiner runter? Doch. Wenn irgendein Zuschauer hier gerade zuguckt, einen Death-Counter macht, kriegst du es einfach glatt. Nein, locker ist Chris erst Platz. Doch, klar. Raumfeld, Achtung. Loll, Telefon. Trag ich's doch, Alter. So bist du tot. Nein, der ist ein anderes. Hebt mich ja wieder auf. Oh, mein Gott. Der Onkel ist tot. Wir werden alle sterben. Max, warum bist du in die Höhe gegangen? Ja, ich steh doch schon. Du hast dich gerade wieder... Ich schrei mich nicht dran. Du hast mit deinem Hit dann vor mich gebeugt. Das war voll lustig. Max, warum bist du in der Höhe? Ich hab ihn reingesteckt und dann ging's wieder besser. Gibt's auch noch einen anderen Weg da rein? Oh, mein Gott. Ich geh hier nie wieder an. Hast du es überlebt, Max? Ah, ja. Der hält sich einfach fest, in der Stadt diese... Keine Ahnung, war einfach auf mir. Onkel, wir haben gleich voll die geile Base hier. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Na toll, das ist doch voll bescheuert. Jetzt hab ich hier weder Axt noch irgendwas. Hallo, was ist denn da los bei dir? Hilfe! Resport mich! Halt mich! Halt mich! Halt eh gedrückt! Max, wie lange kannst du noch leben? Ist das dein Ernst, dass ihr den jetzt... Warte, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ist das euer fucking Ernst? Ja. Das grenzt an Mobbing, Alter. Max, Max, zieh dich. Nein, ich hab keine Ausdauer. Ich komme, ich bin fast bei dir. Max, ich bin fast bei dir. Oh mein Gott! Es ist einfach nur lustig, das nur zu hören. Ja, ich lebe! Ja, das ist wirklich amüsant, Alter. Deine stöhnt die ganze Zeit nur. Alter, ich lebe nie wieder diese fucking Höhle. Achtung, Baumfeld! Max, wieso bist du gestorben hier oben? Er lässt einfach los. Ja, ich bin das dann runtergefallen und er hat sich kurz vorm Boden wieder aufgefangen, dann bin ich hochgeklettert und da oben war er gestorben, ne? Das ist auch geil. Ach, also warst du gar nicht unten in der Höhle bei der Oma? Ja doch! Bei der Oma! Der Oma! Ficken Mama war das! Ficken Mama war das! Ich habe mich angeschrien und dann bin ich weggegangen. Chris? Ja? Ich glaube, dass die Höhle dann generell einen Bug hat, das Seil, dass wenn Max sich ja jetzt auch nicht mehr festhalten kann, dass das Seil an sich verpackt ist. Das heißt, wir müssen einen anderen Eingang in die Höhle finden. Schön! Also Dale und ich konnten da ohne Probleme drunter. Ja, dann versucht das jetzt bitte nochmal. Eskortiert mal den Chris bitte da rein. Okay, Moment, kann ich dann irgendwie erstmal meine Sachen ablegen, damit ich das nicht verlieren? Nein, halt, 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 halt! Gibt's ne Kiste oder so? Äh, Gabax, Dale, Revo und Onkel. Könnt ihr mal kurz kommen? Revano! Revano auch gut! Nochmal für alle! Nochmal für alle! Revano! Revano! Jetzt! Yo, ich komm mal zu euch! Ist los! Alter! Es wird Nacht und ich wird gern speichern! Ja, wir kommen! Wir bauen jetzt immer noch die Mauer zu Ende! Ja, ich würde auch gern speichern! Wir können mit ganz viel Lock zu uns kommen, Boys! Dale, nimm deinen eigenen Baum! Nö! Wir brauchen noch... Ich brauche... Könnt ihr... Habt ihr was zu essen? Könnt ihr mal was ins Feuer hauen? Na ja, wir haben für euch Essen! Ich hab Beine! Ich hab Arme! Ich hab alle! Ich hab auch was zu essen! Wenn wir euch das Haus fertig bauen! Nein, wir helfen ja mit! Aber wir brauchen echt Hilfe, weil es jetzt wieder Nacht hat und wir speichern müssen! Ja! Geh doch zu uns hoch ans Haus speichern! Ja, ich will aber nicht speichern! Ja, wir wollen unseren eigenen Scheltern! Genau! Wir gehen in unser Haus rein! Das ist schön warm da! Mit, 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 mit! Und wir haben ne Mauer! Alter! Das haben wir auch bald! Nein, bald! Wir haben es aber jetzt! Leute! Ich brauche ganz dringend... Ich brauche ganz dringend was zu essen! Wirklich jetzt! Ja, hier! Komm her Uncle! Ich baue dir was! Ich baue dir was an! Das ist bei uns der Foodtryer! Hier, wo das Essen rumhängt! Genau! Da kann es einfach eh... Wo das Essen rumhängen! Was mache ich denn jetzt hier ohne Axt? Das ist doch total behind in your head! Du warte mal! Bau dir ne neue! Aus Stein und Holz! Da! Hast du eigentlich recht! Ja, ich habe ja kein Seil! Dann komm zu uns! Baust dir aus clothing! Oder holst dir von dem Boot! Komm zu uns! Du weißt ja wo das Boot ist! Da gibt's ja automatisch 3 Seile! Also ich will ja nix sagen, ne? Alle drei zusammen! Aber... Du wolltest nix sagen! Versucht mal jeder der bei uns ist! Versucht mal ans Lagerfeier zu gehen und was zu essen! Weil da sind zwei Essensdinger drin! Und ich glaube du hast nen Bug, dass du unendlich Essen hast! Na aber nicht! Doch! Ich tu die ganze Zeit davon Essen! Im Lagerfeuer? Ne ich hab die ganze Zeit halbes Essen und ich tu da draus Essen und das geht nicht weg! Der Max hat recht! Der Max hat recht! Ich kann mich voll essen! Das ist Essens Bug! Bei uns im Essen! Die geh'n nicht weg! Das ist ein Essens Bug! Das ist ein Essens Bug! Da kannst du... Unendlich essen kannst du da! Ja geil alter! Buffet ist das oder? Dauerbuffet! All inclusive! Eingebohrisch! Eingebohrisch zum mitnehmen! Wo denn jetzt? Wo denn jetzt? Wo ist das Essen? Chinesisch war gestern! Könnt ihr mal bitte unser Haus fertig bauen? Ich kann Feuer anmachen! Ich bin schon... Ja der Onkel der macht das hier wenigstens richtig! Wo gibt's denn jetzt hier das Buffet? Warte ich will auch mal! Ja ich kann doch kein Feuer anmachen! Ich hab's angemacht! Ja ich kann auch essen! Ja läuft! Ja wie gesagt! Das reicht doch wenn... Es würde doch besser funktionieren wenn zwei hier fällen und die anderen holen sich nur die Baumstämme! Das ist doch... Glaube ich angenehmer! Das Essen ist verpackt! 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 Nur noch 19! Ja ohne Axt ist das ein bisschen schwierig! Na Chris geht dann gerade schnell auf das Boot! Weil am Boot am... Wo ist denn das? Das ist unten an dem... Am Strand! Ja toll! Wo ist der Strand? Das ist dunkel! Egal Chris! Chris hat keine Orientierung! Vergiss das! Ja! Ja! Also der Survival Guide der war... Rechts fahren du musst! Nicht links! Rechts! Bitte drehen sie um! Beim Survival... Wo ich den Survival Guide gemacht habe da gab's noch keine Spinnen! Da gab's noch keine Spinnen! Da gab's noch keine Spinnen! Da war die Welt noch in Ordnung! Da war die Grafik noch nicht so gut! Übrigens... Während dem Autofahren Sprachnachricht machen ist hier illegal! Ja! Will ich anzeigen jetzt! Illigal! 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 Egal wo! Illigal! Kann man das Essen? Ich hab einen! Illigal! Was hast du? Yay! Ihr habt euer Haus fertig! Dankeschön! Können alle noch mal vom Lagerfeuer snacken! Euch alle verdient! Ich komm gleich noch mal runter! Ich schau erst mal die zwei Baumstümpfe bei dem Raum rein! Das ist ja eh! Da müssen wir nie jagen gehen! Wir haben immer was zu essen! Immer was zu essen! Wow! Wie hoch kann ich springen, Alter? Das ist voll die Party! Da stöhnt was! Ja, nehmt euch die Fackeln! Am besten ist es echt! Ihr nehmt euch die Fackeln in der Hand und habt ihr einschlage und dann habt ihr die eingebrochenen Tod! Weil wir trennen da ja nicht so! Ja, das kann man auch mit der Axt machen! Man kann so einen Axt mit Stoff umwickeln! Hier! Alter! Das ist ein Speer! Krass! Alter! Da kam jetzt aus dem Nichts gesprungen! Ähm! Wie kannst du den Speer denn bauen? Gar nicht! Der findest du! Hey! Wer bist du denn? Hey Mäuschen! Gangbang! Alter! Ich werd gelutscht hier! Gelutscht! Boah ja! Ich komm zu euch! Jetzt ist sie weg! Ah hier! Guck mal! Der ist in die Falle rein! Nicht für dich! Alter! Der hat CD's umhals! Da ist noch einer! Oh shit! Nein! Das kommt davon, weil ihr die Babys abgesaugt habt hier! Deswegen sind die jetzt sauer! Was haben die gemacht? Ihr habt die Babys verhauen! Deswegen sind die jetzt so sauer! Babys? Abgesaugt! Haha! Das könnte man falsch verstehen! Digga! Wir haben den Babys angesaugt! Das wird beim Staubsaugen nicht gestört werden oder? Wie habt ihr die Holzwände gemacht? Habt ihr einfach eine Woodwall gemacht oder was? Ja genau! Basicwall? dieser... Ach guck mal der schöne Mond. Habt ihr jetzt die... Die Säcke weggeklatscht? Habt ihr ex... Ey Jungs habt ihr experience... Ach ihr habt ihr Fenze voll! Alles klar. Die Spitzen! Ähhhhh... Jo! Spitzen? Wo sind denn jetzt hier nur Seile? Die hängen in den... Ey das ist noch so ein komischer Freak! Wie baut man denn jetzt so ein Speer eigentlich? Den findest du an den Seen? Du musst da so ein Kleinteich finden! Ach guck mal ein Reh! Mit Knochen kannst du die Axt und die Speere modifizieren. Gab Axt! Hast du gehört? Alter, man kann sogar Köpfe essen. Ja, man kann sogar Köpfe essen. Die sterben. Buhrensohn, Alter. Bam. Geh nicht mehr auf. Also wir können die Axt und die Speere modifizieren mit Knochen. Ja. Dann werden die härter. Ja, aber wie macht man das denn? Mit Baumharz. Baumharz, die Waffe und... Und entweder Federn oder Zähne. Da stöhnt er, die Sau. Baumfeld, Achtung. Schwimm, Poros, schwimm. Max, was machst du da? Wie Kegesbaum, ich warte, bis ich baue. Oh, ich war nur. Was denn? Alter. Hatte gerade keine Ausdauer. Ja, ey, Max. Ich bin nicht etwas erschrocken. Baumfeld, das macht nichts. Das war schön. Na, dir nicht. Ich habe eine Milch gefunden. Oder eine Ohrsaal. Eine Milch, eine Milch. Ich habe eine Milch gefunden. Oh, das geht die ganze Zeit aus, so ist das hier. Ich muss Gas nachfüllen. Ja, wird der Finger heiß. Quatsch. Wird der Finger heiß. Hey, ey. Ich will gerade mal, wie die das bauen. Gaback, du bist kein Arke, Junge. Die bauen das hinter dem Haus. Dann bauen wir das auch so. Der Max guckt ab. Wir mussten eine Rausche vornehmen. Hey, Copyright. 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 Lagerfeuer machen. Also ich denke mir aber mal, die Steinmauer wird bestimmt ein bisschen schwierig. Naja, du musst halt Steine sammeln, ja. Ja, wie so ein Irrer. Nein. Steinwände aus Steinen? Glaube ich nicht. Alter. Ganz neu. Ja, aber es geht mir darum, dass Steine ja hier jetzt nicht überall rumliegen. Also liegen schon überall rum, aber du kannst ja nicht viel einsammeln. Viel brauchen wir. Da können die Zombies nicht rein. Wir haben aber dann gleich so. Die Zombies hier ist ein Maxisches Holz. Der Rivano, das schnallt das nicht, dass es hier keine Zombies gibt. Oh, das sind weggeborene. Ja, weite, weite, weite. Weggeborene. Bohmute. Nee, gerade die Mauer. Bohmute. Wie weit ist die Mauer, oder? Nee, Bohmute. Ja, also, dass wir noch einen kleinen Hintergarten haben. Alles klar, kleiner Hintergarten oder kleiner, kleiner. Achtung, Baum fällt. Baum ist gefallen. Alle leben noch, gut. So, und was wolltest du jetzt hier innerhalb der Wand machen? Ja, da kannst du doch deinen Dings reinhaben, Bräunio. Dein, dein, dein Gestrüpp. Du bist ja zu spät. Ach, ihr seid schon fertig. Ja, Chris Play. Wo ist das Feuer eigentlich? Hier ist ein Stein. Kann man die Steine irgendwie wegkriegen hier? Du kannst doch nicht. Hier ist ein fetter Stein. Onkel, bauen wir uns einen Holzlager. Pass auf, da kommen Ausgeborene. Pimmelparty. Pimmelparty, guys. Pimmelparty. Warte, warte, bei uns geht gerade nicht. Wir haben hier gerade noch einen Ausgeborenen. Warte, Moment. Oh, nee, zwei. Immer noch Eingeborene, Jungs. Es gibt keine Ausgeborenen. Ja, ist egal. Ich weiß, dass das Eingeborene sind, meine Herren. Ich fand Zombies viel cooler. Das ist doch nur Spaß. Ähm, das sind Eingeborene. Habt ihr alle gehört? Eingeborene, Eingeborene. Und es gibt Spinnen. Und geile Grafik. Schwul. Spinnen, Spinnen, Spinnen. Ich glaube, ich spinne. Haha. Neu-Kauf, Neu-Grafik-Seite-1.1. Neu-Grafik-Seite-1.1. Mitspielen. Oh, Leute. Mitspielen, mitspielen. Du könntest ja mal sagen, hier, einer muss pimmeln, der andere sagt Party. Pimmeln. Alles kaputt. Max, warum hast du das gemacht? Das ist ja nichts gemacht. Das hat man auch mit diesem Doppelten, Alter. Ey, was ist das jetzt? Unser Haus ist explodiert. Alter, da hat einer eine Granate reingeworfen, oder? Ist euer Haus auch explodiert? Ja, unser Haus ist einfach explodiert. Frohes Neues. Habt ihr die Babys in die Hütte eingesperrt? Habt ihr die Babys da eingesperrt? Nein, wir haben gar nichts. Babys einsperren. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Ist alles weg, oder was? Ja. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich würde sagen, was war's für diese Folge. Ist ja auch schon soweit. Also ich hab Max und Manu sein jetzt auch nur, ihr ist auch nur fliegen sehen. Das war jetzt ein bisschen merkwürdig, aber okay. Und was sagt uns das? Wir sollten uns alle Fackeln machen und da runter in die Höhle gehen. Yay. Nein, Chris, keiner will dir helfen, deine Scheiße Leiche aufzusammeln. Doch, alle wollen wir das. Okay, da möchte ich einfach fragen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Ah, ich brenne, ich brenne. Ciao, Leute. Tschüss. Das ist grob. Tschüss. Alter, das ist ja echt scheiße. Tschüss. Vielen Dank.